So, wir haben jetzt das zweite A-Finale EG8 GT. Mal sehen, wer jetzt hier gewinnen wird. Entweder fällt jetzt gleich die Entscheidung oder er fällt erst im dritten Finale. Ja, seid gespannt. Ja, ein paar Fahrer sind gerade schon gefahren im EG8 GT3-Lauf. Und zwar der Mirko Engert, ganz links. Der ist jetzt gerade gestartet, wird nochmal fahren. Und der hat den ersten Lauf gewonnen vor dem Uli Westenfelder. Wir sind gespannt. Jetzt gehen wieder die Heizdecken runter. Der Rennleiter hat das freigegeben. Die Heizdecken gehen runter von den Fahrzeugen. Ja, warum? Habe ich glaube schon hundertmal erzählt. Die gehen runter wie im großen Motorsport und möchten natürlich mit warmen oder heißen Reifen starten. Deswegen warten die Fahrer so lange. So, der Kreis geht dann los. So, und jetzt geht's hier los. Alle raus. So, die Frage wird sein, kann Mirko jetzt ein zweites Finale auch gewinnen oder nicht. Aber mit dabei ist hier jetzt, der ja leider mit einem technischen Effekt ausgefallen ist. Wir haben dort den Mirko Monkstern mit dem blauen T-Shirt. Daneben ist ja Jan Müllmann, der jetzt EG8 GT3 gewonnen hat. Und dort hinten, der Jörn Neumann ist hier mit am Start im ersten Lauf, im ersten Lauf leider technischen Effekt ausgefallen. Bitte erst einmal über die Schleife. Hört einmal über die Schleifen fahren. Ist doch normal, oder? So, Jörn Neumann, Mirko Monkstern, Mirko Engert, Jan Müllmann, Uli Westenfelder. Wir reisen wieder die Runde. Wir reisen wieder die Runde. Sieben, sechs, fünf, vier. So, zweites A-Finale, EG8. GT. Ah, das ist mir jetzt etwas zu trech. Mirko Monkstern, diesmal besser weggekommen. Dahinter ist der Mirko Engert. Und der Andreas Schluch dahinter. So, der Mirko macht gleich mal Druck auf den anderen Mirkos. Versucht vorbeizukommen. Und hier hinten, der Uli Westenfelder, der Zweiter war, der muss ja erst einmal sich nach vorne kämpfen. Der hat einen ganz schlechten Start gehabt, den man da vorne sieht. Hier, hat sich jetzt vorbeizukommen. Und hier gehen wir mal nach vorne wieder. Mirko Monkstern, Mirko Engert. Und ganz vorne weg ist Jörn Neumann. Mirko Monkstern, Fehler. Und Mirko Engert vorbei. Mirko Engert hat ja den ersten Lauf gewonnen. Jetzt hat er Mirko einen Fehler gemacht. Und jetzt, auf der Geraden muss man aufpassen. Gleich für die Überrundung. So, hier. Mirko Engert, Probleme, technische Probleme, muss in die Boxengasse, Verrogerie eingeklemmt. Ah, verliert viel Zeit. Und da an der Spitzenlust ist der Jörn Neumann. Kann jetzt ungefähr zu fahren, hat einige Luft nach vorne. Die drei, eine Verwarnung. Hat der Mirko Monkstern hinter sich. Und der Mirko hat den Andreas Schuch hinter sich. Ah, jetzt kommt Mirko außer Trip. Und da kommt der Jörn Neumann. Ja. Das ist der Jörn Neumann, der hier ist. Das ist der Andreas. Jörn Neumann, der EGA GT3 gewonnen hat. Jetzt auf der dritten Position. Hier ist mein komplett verdrehtes Bild. Boah, wie schön ist das? Hier haben wir die Nummer 1 im Bild. Und hier kommt der Pascal. Boah, wie wollen wir die Nummer 1 im Bild? Das ist schon mal eine Nummer 1 im Bild. Das ist schon mal eine Nummer 1 im Bild. Der Pascal Brunnen, hier im Bild. Der hat den Mirko enger hinter sich. Ah, der Mirko durch die Einge... Der geht jetzt schon innen vorbei. Ja, durch die eingeklemmte Karosse hat er viel Zeit liegen lassen. Und muss sich jetzt nach vorne kämpfen. Aber Pascal bleibt dran. Ja, versucht dem zu folgen. Ah, klappt nicht ganz. Und dort haben wir den Mirko Morgenstern auf Position 2. Im Hintergrund immer noch der Jan Neumann auf der dritten Position. Überrundung, kommt da gut vorbei. Und jetzt mal überrunden, der Jan, da sehen Sie, wie die vorbeikommen. Boah, voll in der Vergangenheit. Alles gut, ne? So, und hier sind die zwei aneinandergekommen. Jan ist, Jan hat den Platz verloren. Und von hinten ist der Mirko Engers. Plötzlich ist er jetzt auf Top 3 kurz wieder. Der Mirko ist weggekommen. Ah, Mirko versucht, kommt aber noch nicht vorbei. Alter, der hat aber ganz schön abgeflogen. Und jetzt kommen die Liga. Der Mirko Engers. Und der Jan. Müllmann. Hier, im direkten Zweikampf. Die Tänze holen aus der anderen Klasse. Na, das ist hier der spannendste Kanz im Moment. Na, der hat sich etwas abreißen lassen müssen. So, dann haben wir hier den Mirko Morgenstern. Der ist auf dem zweiten Platz. Muss aber aufpassen, muss sich nach hinten orientieren. Der Andreas Schuch ist nämlich hier. Direkt hinten dran. Kampf um Platz 2. Hinter dem Jörn Neumann. Der Jörn hat sich schon richtig weit abgesetzt von den beiden. Oh, Mirko kämpft. Mirko kämpft. Aber auch dahinter kämpft der Jan. Hier, der Jan mit dem... Ja, spannend. Man weiß gar nicht, wo man zuerst sein soll. Das ist frei und vier. Sorry. Das ist der Mirko Morgenstern und der Andreas. Um Platz 2 hinter dem Jörn Neumann. Aber gut, der wie eng er Mirko zumacht. Der lässt den Andreas keine Chance. Schön beim Überrunden Platz gelassen. Mirko Fehler. Und Andreas ist vorbei. Jetzt muss aber Mirko auch aufpassen, dass er nicht noch einen Platz nach hinten verliert. Gelbe Karasse ist der Mirko und dort kommt der Jan. Der Pascal war auch mit drin. Das kommt der Jan und der Mirko. Oh, auf der Geraden. Was für ein Sam. Das ist für ein Kind. Und da kommt der Pascal noch mit rein. So, mal gucken. Hier haben wir den Jörn Neumann. Nehmen wir mal die letzte Runde mit. Für Jörn, der hier einen großen Vorsprung hat und den zweiten Lauf wohl gewinnen wird. Und damit so eine Titelchance ganz nach oben hält. Er kann noch eine Runde fahren. Für die anderen ist nach der Runde Schluss. Das wird erleichtert sein, dass er den Lauf hier gewinnt. Hier ist der Neumann, Andreas Schuch, Mirko Morgenstern, Mirko Engert, Pascal Küngel. Das ist der erste Vorsprung. Danke. Danke.